Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Tabletop Simulator Uno. Bitte Philipp und dann in der Richtung. Ja, ich weiß es noch nicht mehr. Umdrehen. Flip. Mit F. Mit F. F ist Flip. Philipp. Ah, okay. Ich hab sauberglauben gewonnen. Fängt das an? Wer hat denn die aufgedeckt? Philipp. Geht im Uhrzeigersinn. Also der Felix ist jetzt dran. Jawoll, was ist das mit uns? Ach ja, ach, das hab ich doch. Boah, das ist spät. Das heißt eine schöne Hand. Willkommen zurück zum Let's Play. Heute in Folge 4 aus dem Jahr. Bei der UNO. Mit dem Settleck. Hallo, UNO. Die Woche ist die Settleck-Woche. Du musst jetzt überbieten. Du musst überbieten. Die Legschnitt genau drauf. Achso. Die Connecten miteinander. Neun, ne? So. Jetzt weiß ich auch nicht, was man bei bestimmten Sachen machen muss. Ich glaub, es sind Null. Na, da nix. Es ist nix. Einfach Null. Es ist einfach nur ne Zahl. Ich will bloß einer. Nimm die von oben runter. Ey, wie geht denn das? Was? Ich will die Uhrs entdecken. Du bist ein Scheiß. Ja. Danke. Bitte. Ich hab jetzt die gezogen. Na, jetzt ist der nächste dran, oder? Ich will nur sagen, wenn ich dran bin, ich guck gerade. Der Trick. Du bist jetzt dran, weil ich hab ja jetzt den geziehen müssen. Hallo, kann ich mal aufhören, meine Kopf um zu drehen? Ich wissen, wie die zurückgedreht waren. Ich wünsche mir Rot. Rot? Ja. Rot. Passt du. Bin ich dran? Ja. Ja! Ich guck mal, war der Redner von Uno durch. Ja, nö. Was sagen wir bei einer Zahl? Uno? Jetzt schon? Ne, wenn man noch eine Karte hat, sagt man Uno, wer hat das für Gismus ein Ziel. Uno? Jetzt muss er Uno sagen. Kann es nicht. Und das bevor der nächste reagiert hat. Der nächste Spieler. Ne. Ja, nimm sie alle. Jetzt kann ich nur. Uno? Uno? Ah, fuck. Das bin ich dran. Warte. Ähm. Uno? Uno, uno? Fertig? Ich hab jetzt das Problem. Ich hab ne Karte jetzt hier liegen und ich weiß nicht, was sie bedeutet. Was steht denn da drauf? Leg mal offen hin, du musst es ja jetzt ziehen. Ja, ne, 4 und ziehen und Karte wünschen. Ja. Also sind 6er. Ja. Oh, scheiße, ich hab alle Farben eigentlich auf einem Platz. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, meinst du jetzt? Was denn? Wir sind fertig. Ach so, Philipp, oh. Philipp hat gewonnen und nicht beim nächsten Zug dann der zweite. Oh. Na dann, hier reset. Ja. Alle nehmen, ne, alle. Alle, 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 alle flamen. Ja, drauf hier. Und zum Mischen. Was soll schon alle nehmen? Als würde ich da eigentlich schon gehen, auch wenn man die Polizei gesehen wird. Ja, genau richtig. Also lass mal bitte die. Pfff. 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 Wozu? Pfff. Kann man nachmischen? Ohja, weil so müssen sie sein. So jetzt, was muss ich jetzt machen? Rechtsklick und dann stand hier... Deal. ...deal. ...deal. 6 Körn. Noch eine. Eine. Und jetzt musst du noch einen hinlegen. Und mit F kannst du den umdrehen. Wie kann ich denn plus 1? Schneller! Schneller runterziehen! Schneller runterziehen! Das war's nicht so. Ne. 5. Ha. Jetzt hab ich dich noch. Hey, du bist so gut du kannst nochmal. Geil! Philipp ist dran. Äh, neun. Jo, neun. Jo, neun. Jo, Felix. Jo, ho, die will hoch. Jo, kann ich nicht. Jo, rot. Ach so, die Scheiße. naja man muss es schnell machen kann nicht schneller runterziehen schneller auch schneller ich kann nicht bin ich hab nichts du bist eine zehn wenn es geht da jetzt wenn es geht mache ich das aber auch eine gezogen ich kann nicht ich kann nicht ich hab da können wir nicht bei rot bleiben kann ich das ist nicht ernst man das meine ich weiß der lebt jetzt ist schlimm ich hätte sie später zünden müssen der hätte philip 4 ziehen müssen also der hätte der richtungsleiter machen ich habe die roten nix mehr nichts oder vier habe ich okay geil ich bin ein kartener und jeder sitzt einfach an seinem rechner was ein krankes spiel bin ich dran hallo ja bist du ja wenigstens beim nächsten mal spielen wir das bei mir dann da machen wir dann ein philips kartenspiel abend brettspiel abend oder sowas im tägliche als laut party da kann er endlich mal sein trunken lp machen ohne felix 8 ich bin spiel ich bin spiel ja ich hoffe jetzt für nichts zu kriegen coron was er hätte gewünscht wenn ich auch das ist das Geld das ist gut ja das ist gerade gesagt verdammt abdeckern er hat und da ist er und ich bin so gewollt schon ein Sieg in den Augen gespürt Ach, geil. Warte, wer ist denn jetzt dran? Du? Oder hast du die 8 hingelegt? Die 8 hab ich hingelegt. Okay, dann wär ich dran. Nee, du musst doch 2 ziehen, oder? Er hat doch gezogen. Achso, er hat jetzt Felix dran, stimmt. Da hast du nicht gesorgt. Gesorgt, gesorgt hast du nicht. Also Philipp hat jetzt die 8 dort hingelegt. Ich hab die 8 dort hingelegt, dann bist du dran. Ich wünsche mir blau. So, das hab ich ganz schön viel auf der Karte. Auf der Hand. Das ist blau. Oh, hier, ganz viel blauer Fisch. Hab ich nicht. Uno. Haha, ich wusste es. Alter, das ist richtig. Ich wusste es. Philipp? Nee. Cetric. Ach, verdammt. Du hast gerade gezogen. Philipp bist dran. Jetzt bist du nicht dran. Warte jetzt. Haben! Find ich gut. Uno. Hab ihn ja. Haha. Na, weiß ich auch nicht. Go. Hab ihn mir noch nicht. Uno. Verdammt. Hab ihn mir noch nicht. Oh nein. Oh nein. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Wer? Ja, nimm mich'n. Ah, die Kotte war da drüben. Habs genau gesehen. Philipp, du bist dran. Ich, ich, äh, hab ich nicht. Ich, ich, äh, hab ich nicht. Ah, endlich. Gell? Find ich gut. Find ich gut. Find ich gut. Fähig sind dran. Fähig sind dran. Drei? Hab ich nicht. Drei. 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 Hab ich auch nicht. Ernsthaft. Ich hab schon 20 mal Uno gemacht. Aber, aber ich wünsch mir blau. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, find ich auch. Ah, eigentlich. Uno. Scheiße, warst du spät, oder? Ja, warst du spät. Ja, gut. Ich bin ehrlich. Ich zieh euch eine Kotte. Äh. Abfängst du jetzt auch noch mal eine blaue Kotte hier und eine 1. Ah, 1. Uno. Scheiße. Scheiße. Das ist wirklich nicht gut. Der Schneider. Oh, Mann. Uno. Ja, jetzt war's gut. Oh. Da lag eine 3 oben drauf. Aber ich hätte lieber gehabt. Ja, ist auch egal. Hätte, hätte, hätte. Hätte, hätte. Hätte, hätte. Hätte, hätte. Das geht nicht. Mann. Scheiße, ich hätte gewonnen. Ich wünsch mir grün. Bin aber mehr auf... Nee, schwarz auf schwarz geht nicht. Was willst du? Ich zieh! Hahahaha. Was ist das? Hahahaha. So. Äh, äh, grün. Ne? Uno. Ja. Hahahaha. Ich wünsch mir grün. Hahahaha. Erstmal rot legen. Danke. Nu, ru, ru, ru. Verdammt. Pah, noch completely finished. Hahahaha. Uno? Verdammt. Fett ist schneller. Uno! Setzen müssen. Uno, uno. Weil die kann ja jetzt auch, ne? Was wünschst du's? Kürb Ahrt war zu unschlüssig Schwarz die die Prozent mehr zu es so an der insofern oder der Baumstück scheidungen so eine Art und die Garten die Füße Ich krieg den nicht ge... So, ich spiel mal ordentlich, ja? Wie willst du ordentlich spielen? Der Tisch ist weg. Na, wo soll denn?